Was geht ab? Ihr Fickhafs Paluten, der Idiot, hat es heute nicht rechtzeitig geschafft, eine Folge Happy Wheels aufzunehmen und hat mich dann vorgeschoben, um euch das beizubringen. Es tut ihm wirklich ganz dolle leid, aber um Nodes nur ist er auch schon wieder Livestream und bis dahin hätte er das leider nicht geschafft. Wie ihr wisst ja, morgen ist Feiertag und dann musst du heute noch einkaufen und die Stars. Auf jeden Fall gibt es dafür morgen zwei schmackhafte Folgen Happy Wheels und meine Hand wird ziemlich lahm. Ne, ich meine nicht meine Hand, weißt du, meine Hand ist hier so. Oh, warte, warte, hier, hier ist meine Hand. Hier, seht ihr die Hand? Ah ne, Moment, ich muss auch reden. Kein Problem, bestes Video ever. Auf jeden Fall sollte es gewesen sein, heute 19 Uhr streamen, ne? Aber dafür wird er sowieso nochmal ein Ankündigungsvideo machen. Auf jeden Fall morgen um 12 Uhr und um 17 Uhr gibt es dann Happy Wheels. Haut rein, seid mir nicht böse, ihr seid die Besten. Ciao, ciao, ciao. Mwah.